So, guten Abend meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Volkshochschule im Norden des Landkreises München zu unserem heutigen Vortrag mit Dr. Andreas Müller. Viele von Ihnen werden ihn wahrscheinlich schon kennen. Er ist unter anderem Buchautor, er ist Chefredakteur der Zeitschrift Sterne und Weltraum und auch auf YouTube sieht man ihn, auf dem YouTube-Kanal Urknall Weltall und das Leben. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei unserem Vortrag. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie diese bitte einfach in den Chat bei Zoom. Ich werde die Fragen dann an Andreas Müller weitergeben. Die Fragen werden dann am Ende gestellt und beantwortet. Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß. Guten Abend meine Damen und Herren, ich heiße Sie auch herzlich willkommen im Namen der Volkshochschule im Norden des Landkreises München. Wir sind hier in Ismaning und das geht um das Thema dunkle Energie. Unser Universum und dunkle Energie, eine rätselhafte Energieform, die das Universum auseinander treibt. Es geht also um Kosmologie. Das Titelbild zeigt Ihnen hier, da gehen wir vielleicht mal drauf, die wesentlichen Elemente, die wir aus den Beobachtungen haben. Vielleicht bis auf die Gravitationswellen, da komme ich am Schluss drauf zu sprechen. Da gibt es nämlich auch neue Messungen, die uns letzten Endes lehren, dass wir hier dunkle Energie im Kosmos offenbar haben. Zum einen die kosmische Hintergrundstrahlung links oben. Das ist diese bunte Karte. Da werde ich Ihnen erklären, wie es zu dieser Karte kommt. Dann rechts unten die Sternexplosion. Das ist eine Spiralgalaxie zu sehen. Darunter ein heller Fleck, der gehört tatsächlich zu der Galaxie dazu. Eine Supernova vom Typ 1a, ein explodierender weißer Zwerg. Dann haben wir oben Gravitationslinsen, einer der neueren Methoden, die man benutzt, um die kosmologischen Parameter zu bestimmen. Und dieses orangefarbene Etwas ist ein roter Riesenstern Betay-Geuze, der unter anderem, also nicht der ist natürlich zu nah, ungefähr 20 Lichtjahre entfernt, aber Sterne wie diese kann man auch benutzen in größeren Entfernungen, um auch etwas zu lernen über die Kosmologie. Hinter all dem steckt natürlich hier der nette Herr, der zu sehen ist, Albert Einstein mit dem Lambda. Der griechische Buchstabe steht für die kosmologische Konstante, die also eine Form von dunkler Energie darstellt. Und wir sind eben nach wie vor überzeugt in der Astrophysik, dass das am besten beschreibt, was eben in unserem Universum vonstatten geht. Das wichtigste Bild in einem Sketch möchte ich mal hier vorstellen, wie wir in der modernen Kosmologie uns vorstellen, wie das Ganze vonstatten ging mit dem Universum. Sie wissen ja, es gab irgendwann mal den Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, ganz links im Bild. Und diese Glockenform kommt nun daher, dass der Raum und auch die Zeit selbst ein Kontinuum bilden und diese Raumzeit eben aufgebläht wurde durch Effekte der dunklen Energie. Und wir sehen am Anfang eine Form von, eigentlich eine Form von dunkler Energie, nämlich die Inflation, das steht hier oben drüber, die also eine extreme Form von dunkler Energie, könnte man sagen, darstellt, die also in kürzester Zeit, in Sekundenbruchteilen, das Universum von einem Mikrokosmos von subatomaren Skalen aufgeblasen hat zu atomaren Skalen. Und das ist noch Hypothese. Also wir brauchen dieses Inflationsmodell in der Kosmologie, um Beobachtungen zu erklären. Aber danach, was Sie hier schon sehen, dieses bunte Muster, ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die in den 1960er Jahren entdeckt wurde. Dafür gab es auch einen Nobelpreis. Das ist eine der Zeugen des Urknallmodells. Diese Strahlung kommt von dem damals eben verteilten Material, im Wesentlichen Wasserstoff und Helium. Ein Material, was eben aus chemischen Elementen bestand, aus den beiden leichtesten. Und als die, diese Atomkerne, die ersten Elektronen eingefangen hatten, das war also etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall schon, da konnte sich dann danach die Strahlung frei ausbreiten. Das heißt, es gab in dieser Zeit noch keine Planeten, noch keine Sterne, noch keine Galaxien. Es gab nur die Startbedingungen, dass sich aus diesem Rohmaterial die ersten Sterne bilden konnten. Und das dauerte aber erst mal eine Weile. Sie sehen da so eine schwarze Lücke. Das ist das dunkle Zeitalter, also die Zeit, wo schon die kosmische Hintergrundstrahlung sich ausbreiten konnte. Es gab Rohmaterial, aber es gab eben noch keine Sterne. Und das passierte erst etwa 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, dass wir die ersten Sterne haben im Universum. Die waren vollkommen anders als unsere Sonne, viel massereicher, viel leuchtkräftiger und eben im Wesentlichen nur zusammengesetzt aus Wasserstoff und Helium. Und alles, was schwerer ist, kam natürlich dann an Elementen, kam erst später in die Welt, als nämlich diese Sterne Kernfusionen betrieben haben, bis zum Eisen und danach in Sternexplosionen und auch Verschmelzungen von Sternenüberresten, die schweren Elemente entstehen konnten. Dann sehen Sie im Wesentlichen nach rechts eben verschiedene Generationen von Sternen, von Galaxien, Galaxien, Ansammlungen von Sternen, Welteninseln wie unsere Milchstraße oder auch die Andromeda-Galaxie. Und die entwickeln sich also über lange Zeiträume. Und ganz rechts irgendwann kommen wir sozusagen ins Spiel. Da steht an dem gelben Punkt, wir sind hier. Das ist also das aktuelle Zeitalter, die Epoche, in der wir leben. Und unser Sonnensystem kam ja auch nicht von Anfang an in die Welt, sondern ist vor etwa 4,567, Zahl kann man sich toll merken, Milliarden Jahre entstanden. Also ungefähr ein Drittel der gesamten Zeit, was wir eben glauben, was das Gesamtalter des Universums ist, nämlich 13,8 Milliarden Jahre. Wenn Sie mal genau auf die Glocke hinschauen, was sie zu einer Glocke macht, ist auch ganz rechts am Rand, wo das Wir sind, hier steht, dass die Glocke sich öffnet, also diese Kante so aufgeht. Das heißt, was wir beobachten, in etwa der letzten eine Milliarde Jahre breitet sich dieses Universum beschleunigt aus. Also es wird immer schneller, immer größer. Und das soll diese Glockenform am Rand da andeuten. Und das ist wohl zurückzuführen auf das, was wir dunkle Energie nennen. Das heißt, wenn Sie sich dieses Expansionsverhalten mal anschauen des Universums, ist es also sehr rapide, in kürzesten Sekundenbruchteilen entstanden in der Inflation, dann gemächlich expandiert, sogar verzögert. Also es sieht so aus, das ist dann diese Glockenform, die fast eben wieder ineinander zusammenläuft und danach sich aber eben wieder weitert, weil das Universum beschleunigt expandiert. Und das versuchen wir in der Kosmologie im Detail zu erklären. Es stellt sich heraus, das Beste, was wir haben, das zu verstehen, ist Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, eine Theorie, die im Jahr 1915 formuliert wurde. Und das Witzige ist, Einstein hatte also hier die Theorie, um auch das ganze Universum zu beschreiben. Er hatte dann die kosmologische Konstante Lambda erfunden. Man dachte aber, es ist ein statischer Kosmos. Es gab vor etwa 100 Jahren überhaupt keine Hinweise darauf, dass das Universum überhaupt dynamisch ist. Das Universum, wenn wir uns an den Sternenhimmel schauen, stellen wir fest, das Universum ist irgendwie da. Es war wohl immer da. Wenn wir in historischen Aufzeichnungen gucken oder auch zurückschauen in der Vergangenheit, dann sehen wir immer einen Kosmos und es gab keinerlei Hinweise, dass er in irgendeiner Form dynamisch sein könnte. Das war also das Modell vom statischen Kosmos, was für 100 Jahren auch sehr attraktiv war. Und es gab danach aber die ersten Hinweise, dass der Kosmos irgendwie eine Dynamik zeigt. Das war in den 1920er Jahren. Da kommen wir dann also gleich darauf zu sprechen. Einstein war aber klar, wenn Sie sich vorstellen, diese Gravitation zwischen Massen, die sorgt ja dafür, dass Massen sich anziehen, dass sie sich immer näher kommen. Das heißt, es war eigentlich eher so, dass man glaubte, das Universum müsste eigentlich, wenn wir überall Massen beobachten, Galaxien und so weiter, müsste es ja eigentlich dazu führen, dass das Universum wieder in sich zusammenstürzt, weil nichts diese Gravitationswirkung abschirmen kann. Das war Einstein relativ früh klar. Und um dieses Modell des statischen Universums aufrechtzuerhalten, hat er eben etwas erfunden, eine Form von Antigravitation, kann man wirklich sagen, nämlich die kosmologische Konstante, die Paroli bietet gegen die Gravitation, damit eben dieser Kosmos nicht in sich zusammenstürzt. Das war die Motivation für Einstein damals für das Lambda. Also es ging noch gar nicht um dunkle Energie. Es ging ja noch gar nicht um die kosmische Expansion. Das war im Jahr 1917, also kurze Zeit, nachdem diese einsteinische Gleichung im Jahr 1915 formuliert war, hatte er schon dieses Lambda dann parat. Und man hatte dann aber verschiedene Modelle in der Theorie auch erforscht für das Universum. Eines davon war das Einstein des Sitter-Universums, eines, was materiefrei ist, also kein wirklich gutes Modell für den Kosmos ohne Materie, aber eben eines, das schon dynamisch war, nämlich angefüllt war mit diesem Lambda und dafür sorgt, je nachdem, was für ein Vorzeichen das Lambda eben hat, entweder expandiert oder in sich zusammenstürzt. Das heißt, es gab dann aus der Theorie schon relativ bald die Hinweise darauf, dass es auch dynamische Universen geben könnte. Dann kamen eben, wie gesagt, in den 1920er Jahren die berühmten Beobachtungen von verschiedenen Personen. Es wird immer dem Edwin Hubble angedichtet, aber es sind viele dabei beteiligt gewesen. Wir hatten schon einige Artikel, auch in Sternenweltraum, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Einer, der das sehr schön zusammengefasst hat, war Herr Appenzeller, der darüber geschrieben hat bei uns. Und da geht es also auch um viele andere Pioniere. Humeisen, Wirz, Lemaitre natürlich und andere. Also es gab aus der Theorie und aus der Beobachtung Hinweise, dass es solche dynamischen Universen geben muss. Und Hubble eben, der vor allem dann genannt wird bei der Galaxienfluchtbewegung, die aber auch eben andere beobachtet haben. Wirz, ein deutscher Astronom in Kiel, der das auch beobachtet hat. Das heißt, es gab eine ganz komische Bewegung, weit entfernte Galaxien bewegen sich alle von uns weg. Es gibt keinen entgegengesetzten Trend, es sei denn, die Galaxie ist uns sehr nah, aber alle, die weit weg sind, fliegen weg. Und das deutet eben auf diesen expandierenden Kosmos hin. Und damit war eben Einstein dann auch klar, dass das Modell von einem statischen Kosmos nicht zu halten ist. Das heißt, es gab eine vollkommen andere Motivation für das Lambda, statischer Kosmos. Der wird dann widerlegt durch Beobachtungen. Und witzigerweise kam dann eben später dieses Modell auf, dass das Universum, wenn es dann expandiert, ist natürlich klar, wenn wir in der Zeit zurückgehen, dann muss es früher kleiner gewesen sein. Und Lemaitre, ein belgischer Priester und Kenner der Relativitätstheorie, hat dann auch von der Geburt des Raums gesprochen. Das, was später Urknall genannt wurde, beziehungsweise im Original der Big Bang. Das stammte übrigens von Fred Hoyle 1949. In einem Radiointerview hat er diesen Namen erfunden. Also das ist das, was jetzt in aller Munde ist, im Deutschen als Urknall übersetzt wird. Die Urknalltheorie oder Big Bang Theory. Das ist also etwas, was schon viel früher eigentlich in der Theorie verfügbar war. Im Prinzip seit 1917 mit der kosmologischen Konstante in die Welt kam, aber dann eben erst vor etwa 60 Jahren den Namen bekommen hat. Die Beobachtungen gingen weiter. Und was ich ihm auf der Titelfolie gezeigt habe, die Supernova-Explosion, da hatte man eben eine Möglichkeit, auch Entfernungen sehr gut zu bestimmen. Und da wurde etwas Seltsames beobachtet, nämlich, dass sich das Universum nicht nur ausdehnt, sondern sogar beschleunigt ausdehnt. Es wird also immer schneller, immer größer. Und das war eben Ende der 90er Jahre dann eine beobachterische Evidenz. Und damit war klar, wir brauchen irgendeine ganz komische Form von Energie, die dafür sorgt, dass das Universum nicht nur expandiert, sondern sogar beschleunigt expandiert. Das leistet eben das Lambda, also das aktuelle kosmologische Modell wird auch Lambda-CDM-Modell genannt. Lambda von der dunklen Energieform, die also das Ganze dominiert, die kosmologische Konstante. Und CDM, Englisch steht für Cold Dark Matter, die zweite wesentliche Komponente in unserem Universum. Die kalte, dunkle Materie, die eigentlich für die Strukturbildung verantwortlich ist, dass also Galaxien sich überhaupt gebildet haben. Das sind die beiden dominanten Energieformen im Kosmos. Dunkle Materie, dunkle Energie. Und die normale Materie, aus der wir bestehen, wie wir sehen werden, ist also, das kann man wirklich messen mit diesen verschiedenen Beobachtungen, die macht nur etwa von dem aktuellen Energie, Massebudget, 5%, knapp 5% aus. Das heißt, das, was wir kennen, ist eigentlich im Wesentlichen in der Minderheit im Universum. Und 95% haben wir nicht verstanden, wenn wir es sozusagen mal ganz kritisch formulieren wollen. Hier sehen Sie die Gleichung, mit der das Ganze formuliert wird. Das ist also die einsteinische Feldgleichung. Da sehen Sie auch schon den Lambda-Term in der Mitte, Lambda mal G-Menü. Diese Menü sind Indizes, die über vier Zahlen laufen, 0, 1, 2, 3. Und im Wesentlichen sind das eigentlich hier zehn Gleichungen, die man sehr bündig eben zusammenschreiben kann, wenn man nämlich das Ganze als Matrizen auffasst. Also Tensoren zweiter Stufe kann man als Matrizen noch darstellen. G, Groß G ist der, also G-Menü auf der linken Seite ist der Einstein-Tensor. Und Groß T-Menü ist der Energieimpulstensor. Und was uns diese Gleichung eigentlich sagt, ist T-Menü, also die Energie und Masse im Kosmos, sorgt dafür, dass dieser Kosmos gekrümmt wird, die Raumzeit als Ganzes verkrümmt wird. Und das Krümmen steckt in dem Einstein-Tensor Groß G-Menü drin. Dazu kommt eben, also das war sozusagen Stand 1915, zwei Jahre später, 1917, kam dann eben die kosmologische Konstante dazu von Einstein. Und die ist ein Zusatzterm in dieser Gleichung, den wir also bis heute in der modernen Kosmologie brauchen. Wir können jetzt den gesamten Kosmos mit dieser Gleichung beschreiben. Da steckt also im Prinzip auch alles drin. Sie können mit der Gleichung schwarze Löcher beschreiben, die Gravitation der Erde und so weiter. Das ist alles hier enthalten. Das ist also das Beste, was wir haben, um auch die Gravitation überhaupt zu beschreiben. Mit Einsteins Feldgleichung. Die kosmische Ausdehnung kann man nochmal in einer anderen Form darstellen. Es gibt dieses sehr populäre Luftballon-Modell. Also das Universum war früher kleiner, hier blau dargestellt. Die Galaxien, die hier so angedeutet sind, waren viel näher beisammen. Und wenn das Universum expandiert, dann vergrößern sich die Abstände zwischen den Galaxien und dieser Ballon wird größer. Das ist nur ein recht vereinfachtes Modell, eine vereinfachte Analogie. Wir können nicht einfach aus dem Universum heraustreten und sozusagen hier die Gottperspektive einnehmen und von außen drauf schauen. Das ist eine fundamentale Aussage von Einsteins Theorie, dass eben der Raum gekrümmt wird, erzeugt wird eigentlich erst durch Energie und Masseinhalt. Das heißt, nehmen wir die gesamte Masse und Energie weg und auch die dunkle Energie, dann bleibt auch kein Raum übrig und auch keine Zeit. Das ist eigentlich die Hauptaussage der allgemeinen Relativitätstheorie. Das heißt, es gibt diese kosmische Bühne nur deshalb, weil wir auch den Energieinhalt haben. Sie können jetzt auch tatsächlich so ein Luftballon-Modell hernehmen. Wir haben das auch zum Beispiel mit Schülergruppen gemacht, um denen die Kosmologie zu erklären an der Universität. Sie malen da zum Beispiel auf dem Ballon eine Lichtwelle drauf. Das soll ein Modell für eine Lichtwelle sein. Und wenn Sie dann den Ballon aufpusten, stellen Sie fest, die Welle wird auseinandergezogen. Und das ist genau der Effekt, der mit Licht passiert, mit jedweder Strahlung, die sich in diesem Kosmos ausbreitet. Das Licht wird durch die Raumausbreitung gedehnt auseinandergezogen. Und dieser Effekt heißt eben kosmologische Rotverschiebung. Sie können das auch quantifizieren, indem Sie einfach jetzt die große Wellenlänge rot dargestellt, ich habe glaube ich hier Wellen reingemalt, kleinen Moment, die rote Wellenlänge hierher nehmen, von der kürzeren Wellenlänge blau dargestellt abziehen, dann nochmal, um das Ganze dimensionslos zu machen, durch die blaue Wellenlänge teilen. Dann kriegen Sie eine dimensionslose Größe, die der Kosmologe eben Rotverschiebung nennt. Und das ist ein Maß dafür, wie stark das auseinandergezogen wird. Man könnte auch sagen, das ist ein Maß dafür, wie weit die Dinge von uns entfernt sind. Die kosmologische Rotverschiebung im nahen Universum, in der Nähe des Sonnensystems, ist natürlich mehr oder weniger null. Wir sind noch viel zu nah dran. Aber wenn Sie weiter weggehen und immer tiefer in den Raum gehen, ferne Galaxien überwinden und zu den Quasaren zum Beispiel gehen oder zu Gammastrahlenausbrüchen und fernsten Objekten des Universums, dann lässt sich dieser Effekt der Rotverschiebung dann feststellen. Die beobachteten Astronomen merken das daran, dass zum Beispiel bestimmte Übergänge, die wir in Spektren von elektromagnetischen Quellen sehen können, dass diese Linien zum Beispiel verschoben werden. Das war historisch auch, wie man diese Rotverschiebung gefunden hat bei Quasaren zum Beispiel. Man stellte fest, die müssen wahnsinnig weit entfernt sein. Die typischen Spektralien von Wasserstoff, die wir auf der Erde bei bestimmten Wellenlängen finden, wurden extrem rot verschoben in den roten Spektralbereich. Und zwar alle. Das heißt, alle Übergänge werden gleichermaßen verschoben, einfach weil die Quelle tief im Universum sitzt. Und wenn wir als Astronomen genau dieses Verschieben im Spektrum quantitativ auswerten, können wir daraus eine Rotverschiebung Z, wie man das nennt, ableiten. Typischerweise ist das Z von den optischen Galaxien etwa bei 10. Das ist so der aktuelle Rekordhalter. Und zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung, die aus einer Zeit kommt, wo es noch gar keine Galaxien gab. Das ist ein viel höherer Z-Wert. Da sprechen wir von 1100. Das ist also extrem sozusagen auseinandergezogen, diese Strahlung. Das heißt, auch diese kosmische Hintergrundstrahlung, die sich damals ausgebreitet hat, wurde durch die Expansion des Universums stark auseinandergezogen. Edwin Hubble hier zu sehen, also ich hatte ja schon gesagt, es gab ein paar andere Leute, die da noch eine Rolle spielten, die das mitbeobachtet haben. Er hatte dann veränderliche Sterne benutzt. Also vielleicht ein kleines Wort, weil das jetzt so fundamental wichtig ist für die Kosmologie zu der Entfernungsbestimmung. Also wenn Sie in der Astronomie Entfernung bestimmen wollen, ist das gar nicht so leicht. Man kann nicht einfach mal hinreisen. Man kann auch nicht irgendwie Spiegel benutzen. Und zum Beispiel wie beim Mond, da hat man ja Spiegel hinterlassen, schießt mit einem Laser drauf, dann misst man einfach über die Lichtlaufzeit. Wenn das Echo, nämlich der reflektierte Strahl, zurückkommt, können Sie so die Monddistanz rächen oder bestimmen eigentlich, messen. Das ist schwierig bei Sternen. Also wir müssen dann irgendwelche Methoden finden, zum Beispiel über die Helligkeit der Sterne. Und es gibt natürlich einen Zusammenhang. Das kennen Sie, wenn Sie zum Beispiel eine Kerze hernehmen und Sie würden die etwas weiter weg von sich stellen, dann stellt man fest, dass die dunkler wird. Das heißt, je weiter die Quelle entfernt ist, umso dunkler wird sie. Das ist eine einfache Methode, um Entfernungen zu bestimmen. Aber man muss dazu kennen, die wahre Helligkeit sozusagen der Kerze. Und das ist das große Problem in der Astronomie. Bei den Zephiden hat sich herausgestellt, es sind bestimmte Sterne, Delta-Zephi-Sterne, benannt nach Kefois, also nach dem Sternbild, wo dieser Prototyp gefunden wurde. Das sind Sterne, die ihre leuchtende Oberfläche vergrößern und verkleinern. Und dadurch, dass dann eine größere Oberfläche leuchtet, wenn die groß geworden sind, sind die natürlich auch heller. Die Oberfläche ist ja größer geworden. Und der Witz ist, bei diesen Sternen hat man herausgefunden, dass dieses Pulsieren, die Periode, die zu dem Pulsieren gehört, dass die zusammenhängt mit der absoluten Leuchtkraft, nämlich also mit der absoluten Helligkeit oder Leuchtkraft vor Ort von einem Stern. Und das ist genau das, wenn wir Entfernungen bestimmen wollen. Über die Helligkeit sind es eigentlich drei Größen, die das Ganze involviert. Die scheinbare Helligkeit, also wie hell sehen wir den Stern am Himmel. Die absolute Helligkeit ist sozusagen die Helligkeit vor Ort oder eben auf einer bestimmten Eichentfernung wie 10 Parsec zum Beispiel normiert. Und das dritte ist eben die Entfernung. Das heißt, wenn wir zwei dieser drei Größen haben, können wir die dritte bestimmen. Also wenn wir zum Beispiel aus der Beobachtung die scheinbare Helligkeit haben, aus einem Modell oder aus der Theorie die absolute Helligkeit, nämlich die Leuchtkraft vor Ort, dann können wir, wenn wir die beiden Größen haben, sofort die Entfernung bestimmen von dem Stern. Und so läuft es eben bei den Zephiiden. Wir kommen an die Leuchtkraft, an die Helligkeit vor Ort ran, aus einer Bestimmung der Periode. Es hat sich nämlich dann herausgestellt, dass es eine Perioden-Leuchtkraft-Beziehungen gibt. Also die beobachtete Periode lässt sich nutzen, um direkt die Helligkeit vor Ort zu bestimmen. Und so kommen sie an die Entfernung ran. Und das hat er eben Edwin Hubble benutzt, um zum Beispiel die Entfernung der Andromeda-Galaxie zu bestimmen. Es kam dann eben heraus, dass es eine Galaxie, die außerhalb sich befindet. Es ist kein Nebel, wie man damals ja noch sagte. Innerhalb der Milchstraße ist eine eigenständige Galaxie, die also relativ weit von uns entfernt ist, 2,5 Millionen Lichtjahre. Und diese Hubble-Relation, wie es genannt wird, ist eine lineare Beziehung. Die setzt also hier diese verschiedenen Größen zueinander in Beziehung. Die Lichtgeschwindigkeit c, die kosmologische Rotverschiebung z, die Hubble-Konstante h0 und die Distanz des Objektes. Und das hat eben der Edwin Hubble dann mit einigen Galaxien damals gemacht. Er hat die Rotverschiebung aus den Spektren bestimmt, also das z. Das c ist eine Naturkonstante, die muss man sozusagen nur nachschlagen, die war bekannt. Das d war eine Entfernung, die man sich über die Cephiden beschafft hat. Und so konnte er das h0, eine Proportionalitätskonstante in diesem linearen Gesetz, konnte er sich beschaffen und kam auf einen relativ großen Wert von 500 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec. Dazu ist zu sagen, dass diese Größe ja eigentlich, also Kilometer ist eine Länge, Sekunde ist eine Zeiteinheit. Megaparsec ist eine Längeinheit. Eigentlich steht da eine inverse Zeit. Warum gibt man das in so einer komischen Einheit an? Sie können eben, also Megaparsec ist übrigens etwa 3 Millionen Lichtjahre. Mega steht für Millionen, Parsec für 3,26 Lichtjahre. Das heißt, Sie haben hier eigentlich eine Größe, wo Sie dann sofort ablesen können. Wenn Sie z.B. die Entfernung kennen in Megaparsec, nehmen wir mal an, das ist ein Megaparsec entfernt, dann wäre das h0, wenn wir hier diese 500 mal zugrunde legen, würde sich diese Galaxie, die sich bei einer Megaparsec Entfernung befindet, sich mit 500 Kilometer pro Sekunde scheinbar von uns entfernen. Also das wäre die Geschwindigkeit dieser Fluchtbewegung. Das ist der Vorteil, wenn man das in diesen komischen Einheiten angibt. Der Wert 500 musste dann eben korrigiert werden. In der heutigen Kosmologie haben wir eher einen Wert, der deutlich geringer ist, nämlich etwa 70 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec. Und darauf werden wir dann am Ende noch zu sprechen kommen, denn es ist gerade auch umstritten, wie groß die genaue Zahl ist. Genau, hier habe ich es auch dazu geschrieben, 70. Das lineare Gesetz bricht übrigens zusammen, das wissen auch vielleicht die wenigsten. Dieses Hubble-Gesetz ist nicht allgemeingültig. Also wenn Sie sehr große Entfernungen haben der Galaxien, wir reden dann von 420 Megaparsec Entfernungen und mehr, dann gilt diese Linearität nicht mehr. Dann ist man aber nicht ganz verloren. Es gibt dann eben nicht lineare Gesetze, die man nutzen kann in der Kosmologie, um dann weiterzuarbeiten. Aber so fundamental ist die Beziehung eben nicht. Deshalb wollte ich dann nochmal darauf hinweisen. Kommen wir nun zu dem Thema kosmische Hintergrundstrahlung. Da muss ich insofern ein bisschen weiter ausholen. Das ist also sozusagen die zweite Geschichte. Wir haben jetzt Galaxienfluchtbewegungen besprochen. Das war das eine, eine beobachterische Evidenz, die eben sagt, okay, das Universum muss überhaupt dynamisch sein. Es muss expandieren. Und das zweite, was wir jetzt besprechen wollen, ist eben die kosmische Hintergrundstrahlung, die entdeckt wurde. Und das stellt man mit Karten dar. Und ich möchte Sie erst mal vertraut machen mit den Karten, die man da benutzt. Wenn wir von der Erde aus an den Himmel schauen, sehen wir nicht den gesamten Himmel, der überhaupt von der Erde sichtbar ist, sondern immer nur einen bestimmten Ausschnitt. Wir befinden uns in Mitteleuropa auf der nördlichen Hemisphäre. Und wenn Sie mal die Nacht über das verfolgen, stellen Sie fest, dass die Gestirne genauso wie tagsüber die Sonne im Osten aufgehen, dann im Kulminieren den höchsten Punkt erreichen und wieder im Westen untergehen. Je nachdem, wo die sich befinden. Sind die aber sehr nah am Himmelspol, nah des Polarsterns, gehen sie niemals unter. Dann kreisen sie diese Sternbilder um den Himmelspol. Es hängt also wirklich davon ab, wie weit diese Sternbilder entfernt sind vom Himmelspol. Aber es ist eben immer nur ein Teilausschnitt. Wenn Sie mal Urlaub im Süden gemacht haben, weit im Süden auf der Südhalbkugel, sehen Sie komplett andere Sternbilder. Das heißt, der Himmel von der Erde aus betrachtet ist eine Kugel, die wir sozusagen von innen betrachten und sämtliche Sternbilder befinden sich auf dieser Kugeloberfläche. Sie kennen das, wenn wir eine Kugel darstellen wollen, die Oberfläche einer Kugel, dann könnte man die aufklappen, in Anführungsstrichen. Da gibt es dann solche verschiedenen Karten. Eine Form ist die Mollweideprojektion, die wir hier sehen. Das heißt, die gesamte Kugeloberfläche, das, was hier eigentlich hinten gar nicht zu sehen war, auf der Kugel links, auf der Erdkugel links, die übrigens von Apollo aufgenommen wurde, das sehen Sie jetzt komplett, die komplette Oberfläche auf so einer Art ellipsenförmigen Karte. Solche Karten nutzen die Astronomen auch, um den gesamten Himmel darzustellen. Und als nächstes möchte ich Ihnen den gesamten Himmel darstellen. Das ist, glaube ich, auch nicht der ganze, aber es ist fast der ganze Himmel im optischen Bereich, auch auf so eine Ellipse. Und zwar sehen wir hier das Band der Milchstraße. Wir haben die Karte so geeicht, dass das Zentrum der Milchstraße genau in der Mitte der Ellipse zu finden ist. Das ist dieser helle Klumpen in der Mitte. Und abseits dieses Bandes der Milchstraße sehen wir rechts unten zwei fleckige, hellere Objekte. Das sind die Magellanischen Wolken, eigenständige Galaxien in 170.000 und 200.000 Lichtjahren Entfernung. Und wir sehen eben auch die Sternbilder im Prinzip und das eben im Optischen aufgenommen. Hier ist im Infraroten derselbe Himmel aufgenommen worden. Wir sehen jetzt hier im Wesentlichen keine einzelnen Sterne mehr, sondern es sieht so diffus und zerrupft aus. Das ist Staub im Wesentlichen und zwar verschiedene Formen von Staub. Also wieder sehen Sie das Band der Milchstraße. Das ist das gelbe Band, was sich da durchzieht, aber nicht mehr die einzelnen Sterne, sondern jetzt den Staub, der sich zwischen den Sternen befindet. Der leuchtet sozusagen im Infraroten, gibt da Wärmestrahlung ab. Und wir sehen rechts unterhalb dieses Bandes auch in gelb wieder die Magellanischen Wolken. Die enthalten natürlich auch Staub. Die sehen wir. Wir sehen, dass aus der galaktischen Ebene, wie das die Astronomen nennen, aus dem gelben Band heraus, nach oben und nach unten, hier auch so zerrupft aussehend Material nach außen strömt. Das sind also Staubpartikel, die aus der Milchstraßenebene herausgetrieben werden, nach oben und nach unten, zum Beispiel durch Sternexplosionen. Und wir sehen eben noch überlagert, das ist auch Infrarotstrahlung in blau dargestellt, den Staub, den wir im Sonnensystem haben. Das heißt, hier sehen wir die Ekliptik. Das ist das Band, was sich hier so S-förmig durch das Bild schlängelt. Das heißt, das ist im Prinzip eine Karte, eine Himmelskarte, die die Astronomen benutzen für verschiedene Wellenlängen, Bereiche, mittlerweile sogar auch für Neutrinos oder wenn man Gravitationsquellen sichtbar machen möchte. Das ist für uns einfach eine Information, bei welcher galaktischen Breite und galaktischen Länge befindet sich da eine bestimmte Himmelsquelle. Galaktische Breite und Länge 0 ist genau das Zentrum der Karte, nämlich die Mitte der Milchstraße, wo ja das massereiche Schwarze Loch sitzt. Hier überblendet übrigens die Sternbilder. Man sieht dann auch sehr schön, dass sich in dem blauen Band tatsächlich eben die Ekliptik durchschlängelt. Das sind nämlich die Tierkreissternbilder, die Sie kennen. Das heißt, es ist der Hinweis darauf, dass dieser Staub sich in dem Sonnensystem befinden muss. Aber wir sehen eben in diesem Gruppenbild, wenn wir nochmal zurückgehen, deshalb gehört es zu meinen absoluten Lieblingsbildern der Astronomie, das ist eine Infrarotaufnahme, die zeigt in blau unser Sonnensystem, in gelb unsere Milchstraße und auch in gelb die kleinen Pünktchen, die Extragalaktik, nämlich Magellansche Wolken. Also wir sehen verschiedene Entfernungs-Hierarchien hier in einem Bild. Warum zeige ich Ihnen die Karte? Das ist die Karte auch, wie wir die kosmische Hintergrundstrahlung darstellen, denn diese Strahlungsform erreicht uns aus allen Richtungen. Egal wo wir hinblicken am Himmel, sehen wir diese kosmische Hintergrundstrahlung und sie wurde eben in den 1960er Jahren entdeckt mithilfe von Radioantennen. Das war ein rätselhaftes Rauschen in der Antenne festzustellen, was eben für eine Wärmestrahlung spricht, die hier detektiert wurde. Und egal wohin man die Antenne schwenkt, das Rauschen ging nicht weg. Man hatte erst vermutet, vielleicht ist es irgendwie Schmutz in der Antenne oder irgendwelche anderen Störeffekte, aber es ist tatsächlich eine kosmische Information gewesen, nämlich die Hintergrundstrahlung an Rauschen, also vielmehr ein elektromagnetisches Signal, nämlich im Bereich der Mikrowellen beobachtet, was aus allen Richtungen kommt. Und die Erklärung hat es in sich. Das war also dann schon von den Theoretikern ganz vorne Garmhoff, George Garmhoff, der das gefordert hat, dass es das geben muss, aber auch Dickie in den USA, in Princeton, hat diese Strahlungsform gemutmaßt, dass es das geben muss. Aber der erste war tatsächlich Garmhoff. Können Sie sich mal im Deutschen Museum in München zum Beispiel Exponate dazu angucken. Denn einer der Entdecker, Penzias oder Penzias, war in München geboren worden, ist dann ins Exil gegangen, zusammen mit Wilson. Die beiden haben nämlich Radioastronomen, haben diese Hintergrundstrahlung entdeckt. Und das Erstaunliche ist eben, also was ist das von der Natur überhaupt? Also wir hatten ja gesagt, erinnern Sie sich an die Glocke, wir hatten gesagt, am Anfang gab es dieses fein verteilte Material, nämlich Wasserstoff und Helium. Und dieses Material hat natürlich eine bestimmte Temperatur gehabt, etwa 3000 Kelvin. Und wenn ein Material eine Temperatur hat, gibt es Wärmestrahlung ab. Das machen wir auch. Also vielleicht haben Sie mal ein Infrarotbild von der Person gesehen, Wärmebildkamera. Dann stellt man fest, die Person gibt Strahlung ab. Das liegt daran, dass hier die Atome und Elektronen, die wir in der Haut und in der Kleidung haben, die haben eine bestimmte Temperatur. Die wackeln sich hin und her und geben deshalb elektromagnetische Wellen ab. Je höher die Temperatur ist des Materials, umso mehr verschiebt sich dann auch diese Strahlung in den hochenergetischen Bereich. Also wenn man es sehr, sehr heiß macht, eine Million Grad heiß, zehn Millionen Grad heiß, dann verschiebt sich das in den Röntgenbereich. Wir haben aber jetzt hier auf der Hautoberfläche ungefähr eine Temperatur von 30 Grad Celsius, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und je nachdem, wie warm das genau ist, landet dann eben das Maximum. Das ist also eine breite Verteilung dieser Strahlung. Aber das Maximum liegt eben ungefähr im Bereich der Wärmestrahlung, also der Infrarotstrahlung. So ist es bei dem Urmaterial im Kosmos auch, wie gesagt, wärmer als wir, 3000 Kelvin ungefähr. Und es hat also Wärmestrahlung damals abgegeben. Diese Strahlungsform breitet sich im gesamten Universum aus, aber in der Zwischenzeit dehnt sich ja das Universum aus. Die Strahlung ist immer noch da, es dehnt sich immer mehr aus, es bilden sich Strukturen, die ersten Sterne, die ersten Galaxien. Irgendwann kommt das Sonnensystem ins Spiel und wir bauen irgendwann auch Detektoren, nämlich Radioantennen, um diese Strahlung dann auch zu detektieren. Das heißt, wir finden ein Relikt dieser Geburtsstunde des Universums, 380.000 Jahre nach dem Urknall, nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung. Aber, Sie erinnern sich an den Ballon, diese Strahlung, die also von einem Wärmestrahler mit 3000 Kelvin abgestrahlt wurde, diese Welle, wurde ja durch die Expansion des Universums auseinandergezogen. Und zwar genau um den Faktor 1000. Das heißt, diese Strahlung liegt jetzt also nicht mehr bei 3000 Kelvin, sondern bei etwa 3 Kelvin. Und das ist genau diese Strahlung, die man dann entdeckt hatte. 3 Kelvin Strahlung genannt, genauer gesagt waren es 2,7 Kelvin. Das ist die Hintergrundstrahlung, die in den 1960er Jahren entdeckt wurde. Weil man, also es gab, wie gesagt, Nobelpreis dafür, weil man dann überzeugt war, prima, man hat hier einen Beweis auch gefunden, dass es den Urknall gegeben haben muss, also einen sehr heißen und dichten Kosmos, war man motiviert, einen Satelliten zu bauen, mit dem man dann diese Strahlung am gesamten Himmel in alle Richtungen kartieren wollte. Das war der Cosmic Background Explorer, COBE genannt. Und Ende der 80er Jahre, um 1990 herum, wurden die Daten veröffentlicht. Auch dafür gab es dann nämlich einen Nobelpreis. Und das sind die Karten, die Sie jetzt hier sehen. Also wieder die Ellipse, mit der Sie jetzt vertraut sind, die Himmelskarte. Also die Ellipse zeigt alles, was wir von der Erde aus sehen können. Nord- und Südhimmel, alle Sternbilder, alles ist da, jetzt hier in der Milchstraße. Aber wir sehen jetzt hier komischerweise bei der ersten Karte eine Verteilung rot und blau, was so Ying und Yang mäßig ineinander überfließt. Was bedeutet das eigentlich? Das Problem ist, wenn wir von der Erde aus diese Hintergrundstrahlung kartieren oder auch mit Satelliten, die um die Erde kreisen, dann bewegen wir uns natürlich mit dem Raumschiff Erde durch das Universum. Und das, was dann passiert, wenn sich eben ein Empfänger gegenüber der Quelle bewegt, kennen Sie, ist der Doppler-Effekt. Kommt die Quelle auf uns zu, dann wird die gesendete Welle zusammengequetscht, also blau verschoben, die Wellenlänge wird kürzer, entfernt sich die Quelle von uns als Empfänger, dann wird die Welle auseinandergezogen, es gibt eine Rotverschiebung. Und genau das sehen wir hier in der Karte. Die Farbe steht jetzt übrigens für eine Temperatur, ist dieselbe Kodierung wie beim Wasserhahn, blau kalt und rot warm. Das bedeutet, wenn wir sozusagen auf die Hemisphäre angucken, auf die unser Raumschiff Erde drauf zufliegt, das wird blau verschoben, wird heißer, das ist das Rote. Und wenn wir nach hinten schauen, entgegengesetzte Richtung, dann entfernt sich das Raumschiff Erde von dieser Hemisphäre des Himmels. Dieser Teil wird rot verschoben und wird kühler, deshalb kühler blau dargestellt. Also rot heißt nicht Rotverschiebung. Das ist ganz wichtig zu sagen. Rot heißt wärmer. Wenn wir jetzt diesen Bewegungseffekt aber rausrechnen und abziehen, wir wissen ja, wie sich die Erde im Sonnensystem bewegt, wir wissen auch, wie sich die Sonne bewegt in der Milchstraße. Das ist ja so eine etwa ellipsenförmige Bahn mit 220 Kilometern pro Sekunde bewegt sich da die Sonne um das Zentrum der Milchstraße. Und wenn wir das rausrechnen, dann ergibt sich ein neues Bild, das ist dann dieses Bild. Das sieht schon so ähnlich aus wie das, was Sie gerade im Infraroten gesehen haben. Wir sehen jetzt Flecken. Flecken von Rot und Blau. Und wir sehen vor allem diesen roten Zensurbalken. Also da ist es wärmer. Und was ist der Grund? Wir haben hier den Staub in der Milchstraße jetzt plötzlich sichtbar gemacht. Wenn wir diesen Bewegungseffekt rausrechnen, bleibt eben das übrig. Wir sehen aber immer noch nicht wirklich die Hintergrundstrahlung. Wir sehen das eigene Leuchten unserer Heimatgalaxie mit diesem roten Band, was genau zwischen dieser in der Mitte dieser Ellipse eben entlang verläuft. Es gibt natürlich Modelle für die Verteilung von dem Staub. Wenn man da was reinsteckt und auch das abzieht, dann ergibt sich die Karte, die also dann um das Jahr 1990 herum für Furore gesorgt hat. Das ist jetzt eigentlich die Karte für die kosmische Hintergrundstrahlung. Und Sie sehen, es ist eigentlich eine sehr künstliche Art von Karte, denn man hat eine ganze Menge von Vordergrundquellen abgezogen. Man hat den Bewegungseffekt des Sonnensystems abgezogen. Man hat den Staub, der da leuchtet, abgezogen. Aber was wir jetzt sehen, ist so eine Art, man hat auch gesagt, das Babyfoto vom Universum. Denn es zeigt uns im Prinzip die Verteilung der Wärmestrahlung von dieser kosmischen Hintergrundstrahlung. Und warum sieht man da jetzt Flecken? Auch das hat für Furore gesorgt, diese Interpretation. Wir haben eben hier schon deshalb Babyfoto die ersten Klumpen im Prinzip, die sich gebildet haben im Universum, überdichten und andere Bereiche im Universum, die mehr oder weniger leer waren, also unterdichten. Und dieses Strahlungsfeld der Strahlung, diese Wärmestrahlung von Wasserstoff und Helium, wechselwirkt jetzt natürlich mit diesen verschiedenen Klumpen, in Anführungsstrichen, und den Bereichen, wo es eben kein Material gibt. Denn wenn Sie einen Klumpen haben, das ist wie auf der Erde, da passiert der Effekt auch, wenn Sie auf der Erde Strahlung senkrecht nach oben wegschießen, dann kämpft die Strahlung, genauso wie ein hochgeworfener Stein, gegen das Gravitationsfeld der Erde an. Das heißt, der Stein wird irgendwann von der Erde angezogen, fällt wieder nach unten. Strahlung kommt zwar nicht wieder runtergefallen, verliert aber beim Aufstieg im Gravitationsfeld Energie. Und das passiert eben auch bei der kosmischen Hintergrundstrahlung. Da, wo es schon Überdichten gab aus Wasserstoff und Helium, die ersten Protogalaxien sich sozusagen gebildet haben, da gibt es eine jetzt Gravitationsrotverschiebung. Das heißt, das Licht wird zurückgehalten, es verliert Energie. Und das sind die Flecken, die dann hier kühler werden, also blau erscheinen. Das heißt, in den blauen Bereichen, blauen Flecken, haben wir schon die ersten Überdichten hier, die wir sehen. Und rot bedeutet kaum Energie verloren, heiß. Das heißt, da gibt es die Unterdichten, da ist mehr oder weniger das Universum leer. Deshalb Babyfoto des Universums. Und Sie können sich vorstellen, was damals los war, als diese Karte bekannt gegeben wurde. Man nennt es auch die Anisotropien in der Karte der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und dafür gab es auch für Mather und Smoot den Nobelpreis. Aber erst 2012, glaube ich, oder so was war das. Das hat also eine ganze Ecke gedauert. Inzwischen gibt es weitere Satelliten, mit denen man das beobachtet. Es gab WMAP von den USA, der NASA gestartet. Hier sehen Sie einen europäischen Satelliten Plank, der die Hintergrundstrahlung aufgenommen hat. Hier jetzt ohne abgezogene Milchstraße, also in allen Karten bei verschiedenen Frequenzen aufgenommen, sehen Sie hier das Band der Milchstraße. und man kann mit diesen, also man sieht, es sind neun Karten, also hat neun verschiedene Frequenzen, wo man da aufgenommen hat. Und Sie sehen sehr schön, dass der Staub bei verschiedenen Frequenzen unterschiedlich stark zuschlägt. Rechts unten im Bild ganz schlimm, 857 GHz, da sieht man viele ausgedehnte Staubstrukturen in blau, aber zum Beispiel rechts oben 70 GHz, das ist ja fast Antenne Bayern. Da sehen Sie halt irgendwie sowas in ganz schmales Band von Staub in Rot dargestellt und man sieht viel Hintergrundstrahlung. Das heißt, Sie können bei bestimmten Frequenzen viel besser die kosmische Hintergrundstrahlung aufnehmen. Diese verschiedenen Frequenzen erlauben dann sehr detaillierte Staubmodelle zu machen von der Milchstraße, einfach um diesen Vordergrund unserer im Staub leuchtenden Milchstraße dann abzuziehen und das eigentliche Wunschsignal, nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung abzuleiten. Und das ist eine der modernsten Karten, die da aufgenommen wurde, hier von 2013 von der Planck-Kollaboration veröffentlicht. Das ist wirklich eine der schärfsten Karten für die Verteilung der Hintergrundstrahlung. Sie sehen hier viel feinere Strukturen. Es gilt dasselbe, was wir gesagt haben, blau-kalt, rot-warm und grün und gelb sind Zwischenstufen davon. Und wir sehen hier also eine sehr interessante Verteilung, aus der jetzt die Kosmologen Rückschlüsse ziehen können. Denn kommen wir zurück zum Thema dunkle Energie. Was würden wir bei dieser Karte erwarten, wenn wir viel Materie im Universum hätten? Dann müssten sich ja mehr von diesen Klumpen ausbilden und wir müssten viel mehr von diesen Flecken erwarten, die blau sind zum Beispiel. Haben wir viel dunkle Energie im Universum, also etwas, was das Universum aufbläht, dann werden auch diese gesamten Flecken ja mehr aufgepustet. Das heißt, Sie können aus dieser Karte auch direkt versuchen als Kosmologe, den Gehalt an dunkler Materie, an normaler Materie und an dunkler Energie zu bestimmen. Genau das machen eben die Kosmologen und können daraus auch schließen, wie altes Universum sein muss. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Karte, in der unheimlich viel Information drinsteckt. Das war also das Zweite. Jetzt hatten wir die Fluchtbewegung, wir haben die kosmische Hintergrundstrahlung und das Dritte, eine unabhängige Methode davon sind die Sternexplosionen, aber nur ganz bestimmte Sternexplosionen, nämlich solche, die eine bestimmte Helligkeit erreichen. Sie erinnern sich, ich hatte gesagt, wir brauchen drei Größen, die scheinbare Helligkeit, die absolute Helligkeit und die Distanz. Wenn wir zwei davon haben, zum Beispiel die scheinbare und die absolute Helligkeit, können wir das Dritte, die Distanz, bestimmen. So ist es auch bei diesen Super-Norway, also das ist eine Alternative zu den Zephiidensternen, die wir besprochen haben. Sie können erst mal die scheinbare Helligkeit hier direkt im Bild sehen. Wir sehen da so helle Flecken, also was diese Galerie zeigt, sind verschiedene Galaxien, in denen sich diese Sternexplosionen ereignet haben. In der oberen Zeile sehen Sie die Sternexplosionen mit einem Pfeil markiert und in der Zeile darunter sehen Sie die Galaxie vor der Explosion. Da fehlt also dann zum Beispiel im ersten Bild sehen Sie so einen roten Flecken. Neben dem roten Fleck ist mit einem Pfeil markiert die Explosion. Im unteren Bild fehlt der Fleck. Da gab es also noch keine Explosion. Und so können Sie also hier erst mal die Explosion selber in einer bestimmten Galaxie, auch in einer fernen Galaxie, abbilden. Die scheinbare Helligkeit kann der Astronom direkt hier sehen. Das ist nämlich die Helligkeit dieses Flecks, die wir da haben. Wie kommt man aber jetzt an die absolute Helligkeit daran? Wir wollen ja irgendwie die Distanz bestimmen dieser Supernova zu uns. Wie kann man das machen? und dazu möchte ich Ihnen dieses Bild hier zeigen. Wir sehen hier eine Lichtkurve von einer Sternexplosion. Also die haben ein ganz charakteristisches Verhalten. Am Anfang steigt diese Helligkeit auf einen Maximalwert an und auf der horizontalen Achse sind ja die Tage, Days abgetragen. Das heißt, nach einigen zehn Tagen klingt diese Helligkeit so langsam ab. Im oberen Bild sehen Sie verschiedene Beispiele, verschiedene Lichtkurven, einfach verschiedene Sternexplosionen. B-Band bedeutet blaues Band. Man hat es also in einem blauen Filter beobachtet, blaue Farbe. Zum Beispiel mit dem Weltraumteleskop Hubble wird es auch gemacht. Und es stellt sich heraus, es gibt natürlich eine kosmologische Zeitdehnung. Also es gibt einen relativistischen Effekt, wenn eine Explosion sich sehr tief im Universum ereignet, die Rotverschiebung nämlich dann zuschlägt, dann sorgt die auch dafür, dass die Uhr sozusagen langsamer tickt. Das heißt, eine Lichtkurve wird durch den Einfluss der Entfernung, durch die Expansion letzten Endes, auseinandergezogen. Korrigiert man nun diese verschiedenen Entfernungen, dann stellt man fest, dass mehr oder weniger viele dieser Sternexplosionen, das ist dann die untere Kurve, sich fast direkt überlappen. Das heißt, auf demselben Standard, auf derselben Standard Lichtkurve liegen. Und jetzt guckt man dann, was ist da für eine Maximalhelligkeit zu sehen. Da müssen wir auf die vertikale Skala gucken. Da sehen wir in Magnituden angegeben eine absolute Helligkeit von minus 19,7 ungefähr. Magnituden, das ist ja eine logarithmische Größe, die Helligkeit, die man eben dann hier geeicht hat. Und wir sehen eben, dass die offenbar alle dieselbe Maximalhelligkeit haben. Und merken Sie was? Das ist genau das, was wir haben wollten. Wir haben die scheinbare Helligkeit uns aus der Galerie beschafft. Das ist die Helligkeit, wie wir sie beobachten. Und die absolute Helligkeit kriegen wir hier aus dem Diagramm, nachdem wir diesen Entfernungseffekt heraus korrigiert haben. Das heißt, es gibt einige dieser Sternexplosionen, die sich wunderbar eignen, um hier auch Distanzen zu bestimmen. Nämlich die dritte Größe können wir jetzt bestimmen, die Entfernung. Das hat auch für viel Aufsehen gesorgt. Damals, Sie sehen, das ist die Philips-Relation, wird es auch genannt, 1993. Wir hatten übrigens auch bei Stern und Weltraum da einen Zweiteiler, einen zweiteiligen Artikel im Märzheft 2020 und im Aprilheft, können Sie mal nachlesen. Da werden diese verschiedenen Sternexplosionen, die es da gibt, vorgestellt. Auch dieser Typ 1a, das sind nämlich explodierende weiße Zwerge. Und was passiert eigentlich physikalisch? Vielleicht schalten wir das auch nochmal fest. Also wir haben hier einen weißen Zwergstern, also das ist das, was unserer Sonne blühen wird in etwa 5 Milliarden Jahren. Der innere Kern eben von der Sonne wird dann eben, ein weißer Zwerg wird übrig bleiben, wenn diese ganzen Fusionsprozesse zum Erliegen kommen. Sie verliert dann nach außen einfach ihre Hülle. Die sind kaum gebunden, diese äußeren Hüllen. Und übrig bleibt der nackte Kern im Wesentlichen, ohne Explosion natürlich. Das ist einfach nur der weiße Zwerg, der da entstanden ist. Im Wesentlichen steckt da noch die gesamte Sonnenmasse drin. Aber dieser weiße Zwerg kann eben nicht beliebig schwer werden. Da kommt ein weiterer Nobelpreisträger ins Spiel aus Indien, Chandrasekhar, der die Theorie der weißen Zwerge beschrieben hat und in den 1980er Jahren den Physik-Nobelpreis dafür bekommen hat. Er stelle nämlich fest, dass die weißen Zwerge nicht beliebig schwer werden können. Ungefähr bei 1,4 Sonnenmassen ist die Maximalmasse und wenn irgendwas dafür sorgt, zum Beispiel Materie einfall, dass der weiße Zwerg schwerer wird, dann explodiert er eben. Es gibt auch den Fall, dass sich zum Beispiel zwei weiße Zwerge umkreisen. Auch dann gibt es so eine Supernova-Explosion, die aber besonders hell ist, weil einfach dann viel mehr Material zur Verfügung steht. Das heißt, hier haben wir schon einen besonderen Fall, dass wir da einzelne weiße Zwerge haben, die dann immer, wenn sie explodieren, etwa dieselbe Maximalhelligkeit, weil einfach die Explosionsmenge immer dieselbe ist, das Ausgangsmaterial, die Masse ist sozusagen eine Konstante, deshalb sind die immer gleich hell. Das heißt, was machen die Astronomen? Sie suchen nach solchen Standardkerzen und sie versuchen dann, dass eben hier sehen Sie es auch, das Distanzmodul, die scheinbare Helligkeit klein m, die absolute Helligkeit groß m, mit der Distanz r in Beziehung zu setzen. Das war also Ende der 90er Jahre und da war klar, dass eben dieses Universum beschleunigt expandiert. Es gab dann in den letzten Jahren neue Methoden, Gravitationslinsen-Effekte, die man nutzen kann. Auch hier stellt sich heraus, kann man die Hubble-Konstante bestimmen. Hier ist so ein Sketch zu sehen, wie man sich das vorstellen muss. Auf der linken Seite haben wir eine weit entfernte Quelle, zum Beispiel einen Quasar. Auf der rechten Seite haben wir uns auf der Erde mit dem Teleskop als Beobachter und zwischen uns und dem Quasar kann es eben vorkommen, dass es da eine Massenansammlung gibt, eine Galaxie oder mehrere Galaxien oder ein Klumpen aus dunkler Materie und wenn das der Fall ist, dann kommt das Licht eben auf verschiedenen Wegen zu uns, zur Erde und es kann eben zu Abweichungen kommen, weil dieser Umweg natürlich dafür sorgt, dass das Licht von dem Quasar länger unterwegs war, kann es sein, dass wir eben zur Quelle gucken. Wir sehen erst mal nicht nur ein Quasar, sondern in dem Fall zwei Quasare, nämlich weil auf zwei Wegen uns das Licht erreicht, für jeden Weg eine Quelle und wir sehen aber auch unter Umständen, es gibt da viele Beispiele mittlerweile, dass sich das Licht eben unterschiedlich schnell ausbreitet und das ist hier mit den kleinen Wellen, diese schwarzen Pfeile, die auf der roten Linie drauf gemalt sind, angedeutet. Links am Quasar starten die noch so zur gleichen Zeit, die sind gleich auf, aber dann sorgt eben diese verbogene Raumzeit, dieser verbogene Lichtweg dafür, dass die Lichtteilchen eben in dem einen Fall etwas schneller ankommen als auf dem anderen Weg. Das kann bis zu Jahren, es gibt durchaus Quellen, wo es zwei Jahre Unterschied geben kann und aus dieser Konstellation, also Sie sehen hier verschiedene Abstände, Groß D genannt, also der Abstand von dem Quasar zur Linse, der Abstand von der Linse zu uns und der Abstand von uns zum Quasar. Wenn man das durchrechnet, stellt man fest, dass aus dieser Laufzeit, aus diesem Laufzeitunterschied , Delta T, können Sie, wenn Sie die verschiedenen Distanzen kennen, die Hubble-Konstante ableiten, das H0 wieder. Das heißt, das ist eine komplett neue Methode neben der kosmischen Hintergrundstrahlung, neben den Supernovae, um an das H0 heranzukommen. Und das brauchen wir, weil wir wollen ja irgendwie das bestimmen. Das 0, habe ich übrigens noch gar nicht gesagt, ist die Hubble-Konstante, nämlich die sozusagen aktuelle Expansionsgeschwindigkeit des Universums im Hier und Heute bei Z gleich 0 nämlich. Wenn wir aber tief in den Kosmos zurückschauen, dann stellen wir fest, war diese Expansionsgeschwindigkeit eben nicht immer gleich groß. Da zeige ich Ihnen dann gleich nochmal ein Bild dazu, dass dieses Expansionsverhalten einfach auch mit der Zeit variiert. Hier ein Beispiel, das ist also hier so ein Vierfach-Quasar. Man guckt, das ist jetzt hier so ein Negativbild, deshalb ist der Himmel nicht schwarz, sondern weiß. Die Quellen sind wiederum schwarz und nicht weiß dargestellt. Und wenn man diese eine Quelle herauszoomt, sehen wir da so vier einzelne Pünktchen, A, B, C und D. Das ist ein Vierfach-Quasar, aber stellt sich eben heraus, das ist ein und derselbe Quasar, der hier als kosmischer Fata Morgana vierfach erscheint, weil uns das Licht des Quasars auf gleich vier verschiedenen Wegen erreicht. Und wenn man diese Linse genauer analysiert, zum Beispiel jetzt hier die Lichtkurve anschaut, wir sehen hier in der Vertikalen aufgetragen, die Helligkeit eines jeden Bildes des Quasars. Und wir sehen oben in der Waagerechten die Jahre, von 2003 bis 2016. Dann sehen Sie also, dass sich dieses Licht des Quasars in der Helligkeit, also in der Magnitude, dass es variiert. Und wenn wir genau hinschauen, gucken Sie zum Beispiel mal bei 2005 hin, da läuft jetzt so eine gepunktete Linie senkrecht nach unten, dann sehen wir da so einen charakteristischen Abfall. Das geht so hier so runter, wie so ein Tal. Das ist also ein Abfall in der Helligkeit. Aber wenn Sie mal gucken, dann ist es für die vier Bilder nicht exakt zum selben Zeitpunkt gewesen. Es gibt sozusagen eine Verschiebung in der Zeit, nämlich in der Waagerechten, von diesem Tal, was hier in Rot, Blau, Grün und Lila dargestellt ist. Und das ist genau das. Also man muss sozusagen gucken, wann, wie variiert die Helligkeit in der einen Quelle, A, B, C oder D, und wann variiert die in der anderen in der genau selben Art und Weise. Und Sie sehen ja hier, das Verhalten ist im Prinzip immer in allen vier Fällen dasselbe, aber eben mit leicht zeitlich versetzten Unterschieden. Und das ist eben der Punkt, wo wir an das Delta T rankommen und aus den verschiedenen Entfernungen von Linse und Quasar und so weiter schließen können auf die Hubble-Konstante. Deshalb ist es eine unabhängige Methode, hier die Hubble-Konstante zu bestimmen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn alle diesen genannten Methoden auf dieselbe aktuelle Expansionsgeschwindigkeit, auf denselben Wert von H0 in den Einheiten Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec kommen. Sie sehen hier ein aktuelles Bild, wir haben das dokumentiert, das war ein Artikel von Matthias Bartelmann und Johannes Schwinn bei uns bei Stern und Weltraum im Novemberheft 2020, also relativ aktuell. Und Sie sehen, dummerweise sprechen diese verschiedenen Methoden nicht dieselbe Sprache. Also Sie sehen, das H0, was sich ergeben hat, in Orange dargestellt von der kosmischen Hintergrundstrahlung, von den Supernovae in Blau, von den gerade besprochenen Gravitationslensen unten in Grün. Und zwei Methoden habe ich nicht so genau vorgestellt, können wir vielleicht in der Fragerunde besprechen, wenn Sie das interessiert. Also man kann auch aus dem Wachstum der kosmischen Strukturen die Galaxienhaufen sich anordnen, kann man das H0 bestimmen, man kann auch rote Riesensterne nehmen, das sind die roten und die grauen Punkte hier. Die Punkte sind eingerahmt, weil es immer eine Messunsicherheit gibt von einem Balken, der links und rechts begrenzt ist, also zum Beispiel kosmische Hintergrundstrahlung, relativ schmaler Balken in Orange, bei den roten Riesen ziemlich großer Balken, ziemlich große Unsicherheit. Und nach unten abgetragen sehen Sie also den Wert der Hubble-Konstante H0 in Kilometer pro Sekunde und Megaparsec. Und nun sehen wir also hier in orange unterlegt Zahlenwerte, die ungefähr bei 68 liegen, ganz links in dem Diagramm. Und bei anderen Methoden, insbesondere bei den Supernovae, sehen wir in lila dargestellt ein Band viel, viel weiter rechts, bei größeren Zahlenwerten, irgendwo fast bei 74. Das ist für die Kosmologie aktuell ein Riesenproblem, denn es sagt uns, wir haben zwar verschiedene Methoden, um die aktuelle Expansionsgeschwindigkeit, nämlich H0, zu messen, aber sie sprechen nicht dieselbe Sprache, es gibt eine Abweichung. Und das ist insofern auch dramatisch, weil natürlich auch dieses H0 eine Obergrenze angibt für das Alter des Universums. Das H0 ist ja eigentlich von der Dimension her eine inverse Zeit. Wenn Sie das invertieren, 1 durch H0, bekommen Sie eine Zeit, die Sie in Milliarden Jahre dann zum Beispiel angeben können und die liegt eben irgendwo bei etwa 14 Milliarden Jahren. Das ist also eine Art Obergrenze für das Universum. Und das bedeutet also auch, das Alter des Universums wird dann mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, weil einfach die Methoden nicht zusammenpassen. Also was ist da los? Woran liegt das Ganze? Es gab einen ähnlichen Streit schon in den 1990er Jahren. Auch damals unterschiedliche Methoden. Supernova-Methode war schon da, Zephi-In-Methode war schon da. Und die einen hatten eben Zahlenwerte eher bei 50, die anderen eher bei 100 Kilometer pro Sekunde Megaparsec. Also damals gab es auch schon Hauen und Stechen und den richtigen Zahlenwert. Und das ist eben zwar jetzt nicht mehr ganz so dramatisch, wie gesagt, zwischen 68 und 74, aber immer noch eben unverstanden und das ist natürlich sehr unbefriedigend für die Kosmologen, dass es so aussieht. Es gibt aber Hoffnung, denn seit dem Jahr 2015 kann man ja auf eine ganz neue Art und Weise das Universum noch erforschen, nämlich mit Hilfe von Gravitationswellen. Das war gerade der Vortrag, den wir letzte Woche hatten hier in der Volkshochschule im Norden des Landkreises München und die Gravitationswellen haben eben auch natürlich Informationen, die sie in sich tragen. Sie haben eine bestimmte Frequenz, sie haben eine bestimmte Stärke, also eine Amplitude und es ist eben genauso wie bei Oberflächenwellen, die sie vom Teich kennen, wenn sie da einen Stein reinwerfen, dort direkt an der Einsturzstelle, wo der Stein in das Wasser fällt, haben sie eine hohe Welle, eine hohe Amplitude und dann flaut aber so langsam ja diese Amplitude ab. Wenn sie weiter weg sind, dann ist diese Stärke der Amplitude schon viel geringer geworden und genauso ist auch bei Gravitationswellen. Sind wir in der Nähe von einer Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern, dann heftiges Beben in der Raumzeit, Gravitationswellen sorgen für eine hohe Amplitude, sind wir aber weiter weg, dann ist es schon viel gemächlicher. Also so ähnlich wie eine Boje auf dem Meer, wenn das also ein starker Wellengang ist, geht es hoch und runter in einer ganz wilden Art und Weise, sind sie aber weiter weg von der Quelle, dann ist es ganz gemächlich. Und das machen sich die Gravitationswellenforscher zunutze. Wir können nämlich dann auch Abstände von diesen Gravitationswellenquellen bestimmen, also von verschmelzenden schwarzen Löchern zum Beispiel oder in dem Fall von verschmelzenden Neutronensternen. Es gab da einen absoluten Glücksfall, das Ereignis GW 170817. Also am 17. August 2017 wurde beobachtet, dass zwei Neutronensterne in den Tiefen des Universums verschmolzen sind. Mit Lichtgeschwindigkeit hat sich dann da eine Gravitationswelle ausgebreitet und kam eben dann nach einigen, ich glaube, 130 Millionen Jahre danach, kam diese Welle bei uns an. Und wir hatten einen Artikel bei Sternenweltraum von Tim Dietrich und Ingo Thews, da können Sie gerne dann nachlesen, dass man hier diese Neutronensternenverschmelzung auch nutzen kann, um Entfernungen zu bestimmen, einfach aus der Tatsache heraus, dass diese Gravitationswellenamplitude mit dem Abstand linear abnimmt, plus eben die Informationen, die da auch elektromagnetisch verfügbar sind. Das ist das Besondere bei diesen Neutronensternenverschmelzungen. Man sieht als Astronom wirklich auch einen Blitz in allen möglichen Wellenlängenbereichen und man kann das eben nutzen, um dann daraus etwas über die Quelle zu lernen und kann so auch eben, das ist ja immer, der heilige Gral ist gerade, die Entfernung zu bestimmen. Und das kann man eben in dem Fall auch machen, kann deshalb auch hier unabhängig diese Neutronensternenverschmelzung, die man auch Kilonova nennt, eine spezielle Form von Sternexplosion, kann man nutzen, um Entfernungen zu bestimmen und kann daraus wiederum auch auf die Hubble-Konstante schließen. Und das wird hier in diesem Plot verglichen mit den anderen Methoden und Sie stellen fest, wenn Sie mal alles zusammennehmen, Gravitationswellen plus elektromagnetisches Leuchten dieser Neutronensternverschmelzungen, dann haben wir diesen violettfarbenen Datenpunkt, der liegt also viel näher bei dem niedrigen Wert von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Also dieses eine Beispiel, also mehr haben wir halt aktuell noch nicht, eine Kilonova, die da benutzt werden konnte, es konnten auch andere, das kommt im Artikel auch ganz gut raus, es wurden auch Kilonova benutzt, die nicht geleuchtet haben, die kann man auch benutzen, um eine Aussage zu treffen. Die sagen also etwas über das H0 aus und der aktuelle Trendwert, das ist halt eine Momentaufnahme, muss man sagen, die sprechen für den kleinen Zahlenwert. Gut, jetzt habe ich eine Stunde gesprochen, ich hoffe, Sie sind auch da geblieben. Ich habe noch ein paar Folien, um das Ganze nochmal einzuordnen. Ich würde jetzt vielleicht diese hier überspringen, das zeigt sozusagen, das Ausdehnungsverhalten des Universums. Da brauche ich aber auch sehr viel Zeit. Wenn Sie das interessiert, können wir gerne nochmal am Schluss in der Fragerunde drauf kommen, stellen Sie mir eine gute Frage dazu. Vielleicht hier nochmal in der Gesamtschau, warum ist die Evidenz so erdrückend für die dunkle Energie? In diesem Diagramm dargestellt, ist der relative Anteil von dunkler Energie, den man eben Omega, Lambda nennt, den Parameter, hier in der Vertikalen dargestellt. und wir sehen in der Horizontalen das Omega M, nämlich die dunkle Materie plus normaler Materie. Und das ist wirklich eine Abbildung. Ich hatte das schon, ich glaube 2012 war das in meinem Buch Raum und Zeit drin gehabt. Da ging es genau um die Grundlagen der Kosmologie und die Beweislast ist sozusagen erdrückend diese verschiedenen Methoden. Super Norway 1a, das ist diese blaue Ellipse plus kosmische Hintergrundstrahlung, das ist dieser orangefarbene Keil, der da durchläuft und in grün, da steht BAU dran, damit ist eigentlich die großräumige Struktur gemeint. Wie ordnen sich die Galaxienhaufen, die größten gebundenen Strukturen, die aus 1000 Galaxien ungefähr bestehen, wie ordnen die sich im Raum an? Also dass da irgendwie die kosmologischen Parameter drinstecken müssen, ist auch intuitiv klar, denn die Astronomen beobachten sozusagen im Raum an bestimmten Positionen dieser Galaxienhaufen und stellen Sie sich vor, wir hätten mehr dunkle Energie in diesem Kosmos, dann wäre natürlich diese gesamte Struktur mehr auseinandergezogen, aufgeblasen, die Abstände werden größer, haben wir wiederum mehr dunkle Materie in diesen Haufen drin, dann zieht es durch die Gravitation das Ganze mehr zusammen. Das heißt, diese Anordnung, wie Galaxienhaufen im Raum, im ganzen Universum, wo die sich befinden, das hängt davon ab, wie viel dunkle Materie und wie viel dunkle Energie wir im Kosmos haben. Und wenn man das zusammenfasst, kriegt man sozusagen diesen senkrechten grünen Keil, der da durchläuft. Und jetzt gucken Sie mal das Überlappungsgebiet an von diesen drei unabhängigen Methoden. Das ist diese schräg eingetragene, kleine, graue Ellipse. Und das ist also etwas, wo man in der Kosmologie sagt, wow, denn wir sehen, dass alle möglichen Werte, die ja eigentlich von der Theorie her denkbar sind, stark eingeschränkt werden auf diese winzig kleine, graue Ellipse, die uns sagt, ungefähr bei 0,7 liegt auf der senkrechten Achse das Omega Lambda und ungefähr bei 0,3 liegt das Omega M. Was heißt das? 0,3 bedeutet 30 Prozent ist ungefähr der Anteil im jetzigen Universum von der dunklen Materie plus normale Materie und 0,7 bedeutet 70 Prozent ist ungefähr der Anteil im jetzigen Universum von dunkler Energie. Das heißt, der dominante Player, Sie erinnern sich, Lambda CDM, ist die dunkle Energie. Das war aber nicht immer so. Diese verschiedenen Formen, verschiedenen Energieformen, ich zeige Ihnen nochmal hier so zwei Tortendiagramme, das ist auch vielen nicht klar. Das entwickelt sich in der Zeit. Die gerade angesprochenen etwa 70 Prozent sehen Sie hier als blaue Tortenschnitte oben in dem Tortendiagramm und die etwa 30 Prozent sehen Sie in Form des grünen und des türkisfarbenen Schnittchens hier zusammengenommen eben etwa 30 Prozent. Wenn Sie aber in der kosmischen Entwicklung zurückgehen an den Anfang, dann kriegen Sie das Tortendiagramm unten. Das zeigt also die Verhältnisse, wie waren die verschiedenen Anteile denn vor etwa 13,8 Millionen Jahren, nämlich als sich diese kosmische Hintergrundstrahlung gerade ausgebratet hat, dann stellen Sie fest, hoppla, dunkle Energie, blaue Schnitte, weg. fehlt, grüne Schnitte ist viel, viel größer als heute, hat hier 63 Prozent in dem unteren Diagramm und dann sehen Sie hier plötzlich noch, also Atome hat 12 Prozent, auch mehr. Sie sehen aber neue Schnitten, grün, Entschuldigung, die gelbe Photonen, also die Lichtteilchen, und zwar alle Lichtteilchen im Universum, die gelbe Schnitte und sogar diese kleinen Elementarteilchen, Neutrinos, die ja alles durchdringen, die wahnsinnig leicht sind, auch die waren offenbar wichtig in dem frühen Universum. Was sagt uns das jetzt nämlich, dieses Tortendiagramm unten? Das sagt uns, vor 13,8 Milliarden Jahren war der dominante Player, die grüne Schnitte, dunkle Materie. Das war die dominante Energieform in dem damaligen frühen Kosmos. Das heißt, diese dunkle Materie sorgte jetzt dafür, dass sich Strukturen gebildet haben, dass sich daraus Galaxien, Galaxienhaufen gebildet haben. Selbst die Lichtteilchen haben noch eine Rolle gespielt für die ganze Dynamik damals im Kosmos. Jetzt dehnt sich aber das Universum danach aus und diese verschiedenen Masse und Energieformen reagieren sehr unterschiedlich auf dieses Ausdehnungsverhalten. Ganz schlimm für Photonen und Neutrinos. Durch die Ausdehnung des Universums, wo ja das Volumen zunimmt, werden die Formen, diese beiden Energieformen so stark ausgedünnt, dass sie bei der oberen Torten, im oberen Tortendiagramm, komplett fehlen. Die spielen da überhaupt keine Rolle mehr. Das sagt uns also, in dem heutigen Universum spielen die Neutrinos und Photonen, die Lichtteilchen, überhaupt keine Rolle für die Dynamik des Universums. Aber eben diese blaue Schnitte spielt eine wichtige Rolle. Und das ist der Grund, weshalb diese Glocke, die ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe, erst spät, erst nach eben sowas wie zwölf Milliarden Jahre nach dem Urknall, so auseinander geht. Jetzt plötzlich kommt dieser, wo die alle anderen ausgedünnt sind, Neutrinos spielen keine Rolle mehr, normale Materie, dunkle Materie spielt keine Rolle mehr, ist alles ausgedünnt worden. Aber diese komische dunkle Energie, die reagiert offenbar überhaupt nicht auf diese Volumenvergrößerung, die wird jetzt plötzlich relevant und übernimmt das Ruder und spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, es ist ein Effekt der späten Entwicklung, dass hier die dunkle Energie zuschlägt und deshalb diese Glockenform da so auseinandergeweitet wird. Und der aktuelle Trend ist, also ich habe da keine guten Nachrichten für Sie, diese kosmische Expansion, die beschleunigt eben vonstatten geht, die wird weiter so beschleunigt werden und zunehmen. Lichtteilchen werden immer mehr auseinandergezogen, die Galaxienabstände werden sich immer mehr voneinander entfernen, da die Zukunft des Universums ist also, es wird kalt werden und es wird dunkel werden. Gut, kein schönes Schlusswort, aber vielleicht lasse ich das mal als Schlusswort stehen und lassen hier nochmal den Albert Einstein ganz kurz zu Wort kommen. Also, Einsteins Lambda beschreibt die dunkle Energie bislang am besten. Diese komische Energieform ist auf der Erde nicht bekannt. Es ist eine Form, die nämlich antigravidativ ist. Sie hat einen negativen Druck. Reden Sie mal mit einem Ingenieur darüber, was das für eine komische Substanz ist, die keinen positiven, sondern einen negativen Druck hat. Der wird sagen, keine Ahnung, habe ich nicht in der Schublade. Sie wirkt eben sich so aus, dass das ganze Universum beschleunigt expandiert, immer größer wird und die große Frage ist, was verbirgt sich physikalisch dahinter? Also, das ist bis heute nicht klar. Man kann es eben mathematisch beschreiben in Einsteins Gleichung mit diesem Lambda. Das ist im Prinzip nur eine Zahl, ein Skalar mit einer ganz bestimmten Größe, die nah bei Null ist, aber eben nicht genau Null ist, aber sehr klein ist, aber offenbar konstant ist. Es gibt keine Hinweise, dass diese dunkle Energie irgendwie zeitlich variiert. Es gibt tatsächlich Modelle dafür, da wäre die Quintessenz zu nennen, verschiedene Formen von dunkler Energie. Bis heute, aktueller Stand, und das habe ich schon vor vier oder fünf Jahren erzählt, hätte man auch schon eben im Prinzip um das Jahr 2000 herum so sagen können, es gibt bislang nichts Besseres als dieses Lambda-CDM, dunkle Energie und dunkle Materie, die den Kosmos beschreiben. Aber nach wie vor ist eben physikalisch unklar, was das ist. Vielleicht ist dieses Lambda etwas, was in der Raumzeit selber drin steckt, eine Form von Antigravitation, wo man eben sagt, ich kann den Raum selber nicht beliebig zusammenquetschen. Er reagiert sozusagen selbst. Es ist einfach physikalisch bis jetzt unklar. Man kann es mathematisch beschreiben, hat es aber nicht verstanden. Hier steht das Quantenvakuum, also das Quantenvakuum ist unvermeidlich, das feinverteilte nichts, wirkt sich dieses feinverteilte nichts so aus, dass man eben eine Form von Antigravitation plötzlich bekommt in der späten Entwicklung. Also das ist, wie gesagt, absolut unklar. Man hofft eben hier, dass man diese klassische Theorie von Einstein in Verbindung bringen kann mit Teilchenphysikalischen Modellen, mit modernen Modellen. Aber das ist ja das alte Problem. Einsteinstheorie ist nicht quantisiert, das Standardmodell der Teilchenphysik ist quantisiert, wie bringe ich diese beiden Theorien zusammen. Bisher ringen die Theoretiker, es gibt da einige Ideen, es gibt auch Alternativen zu dem Lambda, habe ich jetzt nicht viel darüber sprechen können aufgrund der Zeit, aber stellen Sie mir gerne jetzt eine Frage und dann kommen wir drauf zu sprechen und dann danke ich jetzt erst mal für's Dabeibleiben. Vielen Dank, Herr Dr. Müller. Wir haben einige Fragen im Chat. Ich lese sie einfach nach der Reihe vor, fangen wir mit der ersten an. Die erste Frage, hat nicht Einstein seine kosmologische Konstante als größte Dummheit seines Lebens bezeichnet? Das wird behauptet. Es gibt keine wirklich, wie soll ich sagen, seriöse Quelle, dass er das selber gesagt hat, denn es gibt nur einen Brief von Garmhoff, den ich erwähnt hatte, wo Einstein Blunder ist da wörtlich sozusagen die Rede, also Einstein Eselei, so wird es ins Deutsche übersetzt. Also es ist nicht überliefert, dass er das wirklich selber gesagt hat, aber motiviert ist es natürlich schon, weil er hat sozusagen dieses Lambda in die Welt gebracht, aus einem vollkommen anderen Grund, nämlich um den statischen Kosmos zu erklären. Und wenige Jahre später, nämlich etwa fünf Jahre später, kommen dann da die Modelle mit der Fluchtbewegung der Galaxien, wo man feststellt, also Freunde, eigentlich gibt es jetzt überhaupt keine Motivation mehr für das Lambda, das können wir uns eigentlich genauso gut schenken. Aber der wissenschaftshistorische Witz ist eben, lange nach Einsteins Tod, der 1955 gestorben ist, etwa 40 Jahre später, kommen die Kosmologen mit Beobachtungen, nämlich den Supernovae, um die Ecke, wo man feststellt, Freunde, wir kommen ohne das Lambda, wir kriegen das nicht hin, wir können das Universum ohne das Lambda nicht beschreiben. Also wenn sie das Lambda weglassen aus den Gleichungen, scheitern sie genauso. Und das ist der Witz, also Einstein hat die richtige Intuition gehabt, muss man sagen, er hat etwas eingeführt, was er im Prinzip zurücknehmen musste, Jahre später, aber nach seinem Tod stellt sich heraus, wir brauchen es eben doch. Und bis heute wissen wir nicht, wie wir es besser machen können. So, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Ab welcher Entfernung wird die Rohrverschiebung deutlich oder anders gefragt? Was ist in der Größenordnung groß, wo die Rotverschiebung deutlich messbar wird? Unsere Galaxie, die lokale Gruppe oder müssen wir erst noch weitergehen? Wir müssen viel weiter rausgehen. Also gerade die schon erwähnte Andromeda-Galaxie mit den 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung ist immer noch zu nah. Diese Galaxien, Andromeda-Galaxie und Milchstraßensystem ziehen sich an. Deshalb sehen wir auch hier eine Blauverschiebung, ein doppler Blauverschiebungseffekt. Das heißt, die Strahlung aus der Andromeda-Galaxie wird zum Blauen hin verschoben, weil die sich innerhalb dieser Gruppe eben aufeinander zu bewegen. Die Andromeda-Galaxie ist ein bisschen größer als unsere Heimat-Galaxie, aber sie sind eben dieser lokalen Gruppe mit anderen Galaxien zusammengebunden, mit den Magellanischen Wolken, der Triangulum-Galaxie und vielen kleinen Zwerggalaxien. Aber diese Gruppe wiederum wird angezogen von etwas, was viel weiter draußen ist, dem Virgo-Haufen, etwa 50 Millionen Lichtjahre entfernt. In den Medien war ja Messier 87, die elliptische Zentralgalaxie im Virgo-Haufen, eine sehr, sehr massereiche Galaxie. Da ist also die Andromeda-Galaxie gar nichts dagegen. Und da wurde ja das erste Bild eines schwarzen Lochs veröffentlicht, die genau in dieser Galaxie Messier 87 sitzt. Das ist also diese Massenkonzentration innerhalb des Virgo-Haufens. Virgo deshalb, weil wir Richtung Sternbild-Jungfrau gucken müssen. Und wenn Sie da hinschauen am Himmel, sehen Sie eben wahnsinnig viele Galaxien, die alle auch Teil dieses Virgo-Haufens sind. Und da wird es dann langsam interessant. Also Virgo-Haufen ist immer noch zu nah. Ich würde da etwa auf eine Milliarde Lichtjahre rausgehen. Das ist gerade ungefähr die Entfernung, wo man diese Gravitationswellen-Ereignisse entdeckt hat. GW 150914, das war also am 14. September 2015, diese Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern mit etwa 30 Sonnenmassen. Diese Verschmelzung war ungefähr eine Milliarde Lichtjahre entfernt. Und wenn Sie das in ein Z umrechnen, kriegen Sie, ich glaube, das ist ein Z von 0,1. Da wird es dann langsam interessant, wo man sagen könnte, hier beginnt die Kosmologie. Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Bewegung des Sonnensystems relativ zum CMB. Heißt das, dass wir unsere Absolutgeschwindigkeit im Raum messen können? Im Prinzip ja. Also es wird immer gesagt, gibt es dann ein ausgezeichnetes Bezugssystem? Und man muss im Prinzip sagen, ja, das ist so, denn wir können ja dann unsere Relativbewegung gegenüber jedem Punkt auf dieser Karte der Hintergrundstrahlung angeben. Also im Prinzip zeichnet das ein absolutes System aus. Das ist nämlich das sozusagen extrem weit entfernte System, wo diese kosmische Hintergrundstrahlung herkommt. Aber natürlich ist diese Strahlung, also Sie müssen ja berücksichtigen, wir leben ja heute noch in dem Universum, was damals entstand. Deshalb finden wir heute eben noch hier vor Ort, die sind also nicht ewig weit entfernt, diese Hintergrundphotonen, sie sind natürlich hier, haben sich aber durch die Ausziehungsuniversums eben verändert und sind zu diesen sehr langweiligen Photonen im Mikrowellenbereich geworden. Also Antwort ist ja. Kurze Antwort. Gut, ein paar Fragen haben wir noch. Die nächste. Energie und Masse sind doch ineinander verwandelbar. Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. Woher weiß man, was dunkle Materie ist und was ist dunkle Energie? Was dunkle Energie ist? Wir können eben diese verschiedenen Formen, also Sie können die Einsteingleichung genau nach diesen verschiedenen Energieformen aufschlüsseln und dann vergleichen Sie mit Hilfe von einem Modell, beziehungsweise der Beobachtung, wie sich diese verschiedenen Formen auswirken. Und je mehr, also wenn Sie zum Beispiel einfach hergehend sagen, wir lassen mal die dunkle Energie des Lambda weg und versuchen alles, was wir beobachten, nur mit dunkler Materie und normaler Materie und Strahlung zu erklären, dann scheitern Sie. Man kann die Beobachtung nicht erklären, weil wie gesagt, die sehr weit entfernten Supernova-Explosionen durch die Expansion des Universums ein bisschen weiter entfernt sind tatsächlich, als sie es wären, wenn wir die dunkle Energie einfach wegnehmen. Und so können Sie auch mit den anderen Modellen hergehen, bei den Cepheiden, die in fernen Galaxien sich ereignen. Die müssen natürlich weit genug entfernt sein, damit Sie da überhaupt kosmologische Effekte sehen können. aber zum Beispiel Quasare kann man gut benutzen dafür und dann versuchen Sie all diese verschiedenen Informationen, deshalb habe ich auch lang und breit diese verschiedenen Methoden vorgestellt, weil man eben unabhängige Methoden miteinander vergleichen kann, die auch auf vollkommen anderer benutzter Physik beruhen. Das eine, kosmische Hintergrundstrahlung, Strahlungsphänomen, das andere, eine Sternexplosion und so weiter. Das sind also, oder auch die Linsen, Gravitationslinsen, das sind ja voneinander unabhängige Systeme und das ist eben das Erstaunliche, wenn man alles in einen Topf dann wirft und versucht, ein konsistentes Bild zu machen, dann kriegen Sie also diese kosmologischen Parameter raus, nämlich wie groß ist der Anteil der dunklen Energie, wie groß ist der Anteil der dunklen Materie, wie groß ist der Anteil der normalen Materie, wie groß ist der Anteil von Photonen, wie groß muss die Hubble-Konstante sein, jetzt und dann ist sie natürlich festgelegt. Ich kann Ihnen nochmal, wenn wir das Bild vielleicht zeigen können, ja, das können Sie hoffentlich sehen. Sie sehen in dem Diagramm sozusagen das Steigungsverhalten, wie sich die Größe des Universums in der Zeit entwickelt hat. Größe des Universums in der Vertikalen aufgetragen, Alter des Universums in der Horizontalen und nun sehen Sie, festgenagelt ist bei heute, wenn Sie hochgehen, eine jetzt auf eins normierte Größe des Universums, also eine bestimmte Größe, die es einfach damals oder jetzt heute eben hat und Sie sehen in dem gelben Rechteck im Prinzip die gesamte Vergangenheit und verschiedene Modelle, verschiedene Universen, die sich verschieden ausdehnen, verschiedenes Ausdehnungsverhalten haben, das sind die Kurven, die man hier sieht. Ein mögliches Modell von der Theorie wäre, das ist diese orangefarbene Kurve, ein Halbkreis, da sieht man, okay, in einer relativ nahen Vergangenheit, etwa bei vier bis fünf Milliarden Jahren, schneidet in dem gelben Rechteck diese orangefarbene Kurve unten die horizontale Achse, das heißt, da war der Urknall vor etwa vier bis fünf Milliarden Jahren erst. Wir wissen aber aufgrund der Altersbestimmung von Gestein, dass zum Beispiel das Sonnensystem gerade etwa so alt ist, fünf Milliarden Jahre alt und wir wissen mit anderen Methoden, die es gibt zur Altersbestimmung, dass zum Beispiel Kugelsternhaufen, Ansammlungen von 100.000, eine Million, zehn Millionen Sternen, dass die sogar zwölf Milliarden Jahre alt sind. Das heißt, die Tatsache, dass wir das Alter der Kugelsternhaufen wissen, falsifiziert, widerlegt diese orangefarbene Kurve. Würde aber diese orangefarbene Kurve stimmen, sehen Sie in der Zukunft, also abseits dieses gelben Quadrates, schneidet ja dieser Halbkreis erneut die horizontale Achse ungefähr bei 21 Milliarden Jahren. Das bedeutet, es würde erneut in der fernen Zukunft einen Urknall, sozusagen einen Endknall geben. Dieses Modell ist aber durch Beobachtungen widerlegt und in den 90er Jahren war dann klar, das ist hier mit diesen Sternchen markiert, dass man also Datenpunkte mit SuperNorway gesammelt hat, wo klar war, wir liegen auf der roten Kurve. Das heißt, wir können natürlich nur die Vergangenheit verifizieren, also sprich, alles, was innerhalb von diesem gelben Quadrat zu sehen ist, aber aufgrund der Mathematik ist die künftige Entwicklung mit Hilfe der Einsteingleichung festgelegt, wenn wir wissen, dass wir auf dieser roten Kurve liegen, können wir auch mit Hilfe von Einsteins Gleichung die Zukunft ableiten und stellen fest, die Zukunft sagt, diese rote Kurve haut nach oben ab und nach oben heißt, die Größe des Universums nimmt beschleunigt zu. Das war die Erkenntnis, die man eben dann hatte, Ende der 90er Jahre und wenn Sie gucken, was braucht man eben jetzt an dunkler Materie und dunkler Energie für so einen Kosmos, um die rote Kurve zu erklären, das sind die Zahlen, die oben eingetragen sind, dann stellen Sie fest, hoppla, wir brauchen 30% dunkle Materie und normale Materie und wir brauchen 70% dunkle Energie. Nur dann können wir die Beobachtung mit der einsteinischen Theorie erklären. Gut, vielen Dank, weiter zur nächsten Frage. Wenn dunkle Energie beschleunigt zunimmt, dann muss alles andere wie dunkle Materie beschleunigt abnehmen. Stimmt das? Und wie ist das zu erklären im Hinblick auf den Energieerhaltungssatz? Energieerhaltungssatz ist immer gewährleistet, da haben wir auf Urknall Weltall um das Leben ein eigenes Video dazu gemacht. Also das steckt in der Einstein-Gleichung drin. Man kann keine Energie vernichten und irgendwie um die Ecke bringen. Das ist einfach von den Gleichungen her so angelegt. Das steckt in diesem Energieimpulstensor, wie das Ganze angelegt ist, drinnen. Der ist nämlich divergenzfrei, das heißt, die Quellen sind null. Und das bedeutet eben in anderen Worten, die Energie ist immer erhalten. Der Punkt ist eben, man muss das Volumen betrachten, diese Omegas, das sind alles dimensionslose Energiedichten. Also die Tortendiagramme, die ich Ihnen gezeigt habe, das sind keine absoluten Energiewerte, sondern Energiedichten, Energie pro Volumen. Und das ist eben der Punkt, dass die verschiedenen Energieformen unterschiedlich auf Volumenvergrößerung reagieren. Lichtteilchen werden extrem schnell ausgedünnt. Wenn Sie da das Volumen erhöhen, dann wird sehr schnell die Energiedichte von Lichtteilchen und von Strahlung null. Ebenso bei Neutrinos. Etwas schwächer reagiert die normale Materie und die dunkle Materie und überhaupt nicht auf Volumenvergrößerung reagiert die dunkle Energie. Die dunkle Energie war zwar in der Frühphase des Universums dynamisch komplett irrelevant, also das war diese Tortenschnitte, die gefehlt hatte, das dunkelblaue Teil. Aber weil alle anderen eben auf Volumen reagieren, während der Expansion und ausgedünnt werden, dunkle Energie aber nicht, deshalb wird diese dunkle Energie plötzlich der dominante Player in der Spätentwicklung und deshalb expandiert das Universum beschleunigt, erst spät in der kosmischen Entwicklung. Vielen Dank. Zwei Fragen haben wir noch. Die vorletzte. Ist vorstellbar, dass mit zunehmender Ausdehnung und damit Ausdehnung des Universums dann irgendwann das Lambda so klein wird, dass die Expansion zum Stillstand kommt? Das kann man nicht ausschließen. Also wenn man auch Experten fragt, die Kosmologen, dann ist da im Prinzip alles offen, weil wir wissen natürlich nicht, wie weit auch Einsteins Theorie trägt. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir beschreiben hier das Universum in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Dynamik mit einer klassischen Feldgleichung, wo Quantisierung eigentlich keine Rolle spielt. Und das ist eben die große Frage, stimmt es wirklich, wenn wir zu noch mehr Ausdünnung hingehen, vielleicht passiert da irgendwas Abgefahrenes mit der dunklen Energie. Das kann Ihnen keiner sagen, ob es so eine Art Phasenübergang gibt. Also Phasenübergang, verallgemeinert gesprochen, ist ja sowas wie, nehmen Sie mal was anderes, wenn Sie was abkühlen, zum Beispiel Wasser, Sie nehmen flüssiges Wasser und kühlen das ab, Abkühlung durch die Expansion des Universums, dann passiert mit diesem flüssigen Wasser plötzlich irgendwann was Komisches, es gefriert, es bildet Kristalle und es hat plötzlich vollkommen andere Symmetrie-Eigenschaften. Flüssiges Wasser hat eine sehr hohe Symmetrie und diese Symmetrie wird gebrochen, wie man in der Physik auch sagt, wenn das in Eis übergeht, dann haben Sie eine Kristallform, wo plötzlich die Raumausrichtung des Kristalls bestimmte Vorzugsrichtungen hat. Jetzt in der flüssigen Form gibt es keinerlei Vorzugsrichtung, das hat also eine hohe Symmetrie und wir wissen eben nicht, was mit der dunklen Energie passiert, wenn es noch weiter, wie Sie auch sagen, berechtigt in der Frage, wenn es noch weiter geht, gibt es dann vielleicht auch einen Phasenübergang, irgendwas abgefahrenes, was mit der dunklen Energie passiert, wir wissen es nicht. Eine Sache habe ich auch nicht beschrieben, das kann ich vielleicht noch mal kurz anmerken, es gibt eine Form von dunkler Energie, die sehr extrem ist, die nicht ganz von den Messwerten ausgeschlossen werden kann, aber halt nicht favorisiert wird, die nennt man Phantomenergie. Das ist eine Form von Energie, die, also wenn das unser Universum beschreibt, dann gute Nacht, denn es bedeutet den totalen Zerriss, da hat man auch den schönen Namen Big Rip, also den totalen Zerriss, den großen Zerriss, dafür geprägt, weil wenn es diese Phantomenergie wirklich geben würde, dann hätte es die Konsequenz, dass das Universum und die Raumzeit selbst in ferner Zukunft zerrissen wird, komplett zerrissen wird, auch die Antrobe komplett zerrissen werden und ich bin mir sicher, die Zukunft, die wollen wir nicht erleben. Gut, dann kommen wir schon zur letzten Frage, was ist mit den vielen Photonen passiert, die es 300.000 Jahre nach dem Urknall noch gab? Die sind natürlich noch da im Prinzip, wie gesagt, Energieerhaltung gilt, es kann natürlich vorkommen, dass da auch ein paar Bildungsprozesse stattfinden, also wenn es irgendwelche Prozesse gibt, es gibt zum Beispiel in der Astrophysik spricht man da von Kontonisierung, wenn diese Hintergrundstrahlung auf ein heißes Plasma trifft, dann können die Energie von dem heißen Plasma aufnehmen, wenn Strahlung Energie aufnimmt, dann wird die Wellenlänge kürzer, die Energie wird also größer von dem Teilchen und wenn die irgendwann so groß wird, dass sich da zwei Gamma-Photonen, also hoch energetische Lichtteilchen, also Gamma-Photonen muss man es eigentlich nennen, das ist kein Licht mehr, wenn sich diese Gamma-Photonen dann treffen, dann können die ja materialisieren zu Elektronen-Positronen-Pahren oder auch schwereren Paaren, also Teilchen-Antiteilchen-Pahren. Das kann natürlich auch mit so einem Hintergrund-Photonen passieren, aber dann muss es halt entsprechend eine bestimmte Geschichte durchlaufen. Die meisten davon, deswegen wir beobachten die ja noch, die sehen wir also in der Hintergrundstrahlung einfach deshalb, weil einfach die Abstände auch wahnsinnig groß sind für Interaktion im Universum. Das sind einfach die Abstände zwischen Galaxien, Galaxienhaufen wahnsinnig groß, also deshalb sind die meisten in der Form eben auch noch da. Gut, das war die letzte Frage, dann bedanken wir uns für den super Vortrag bei Dr. Andreas Müller. Wir hoffen natürlich, dass wir Sie bald wieder bei uns im Haus oder in der Volkshochschule im Norden des Landkreises München für weitere Vorträge begrüßen dürfen und wir hoffen natürlich auch, dass die Corona-Pandemie uns langsam einen kleinen Lichtblick gibt, dass wir Sie alle Teilnehmer wieder in Präsenz einladen können. Darauf freuen wir uns schon. Dann wünschen wir Ihnen allen noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.